Meine Frau hat ein Gesichtsverhüllungsgesetz und das veröffentlicht. Sie hat dazu eine Maske gemacht. Warum braucht sie eine Maske? Es ist Corona. Wo ist das Problem? Was ist Ihre Dienstnummer? Eben Sie mir Ihre Dienstnummer. Ich bin Österreichischer Staatsbürger. Ich brauche Ihnen gar nichts zu geben. Sehen Sie das? Roter Pass. Roter Pass. Oder braun. Nein, der ist nicht braun. Das ist eine normale Maske. Man sieht es. Das ist eine normale Maske. Das werde ich der Heute-Zeitung geben. Verstehen Sie? Wissen Sie, dass Sie eigentlich rassistisch sind? Ich bin kein Rassist. Nein, ich bin kein Rassist. Das ist keine Maske. Das ist eine Maske. Sehen Sie das nicht? Das ist eine Maske. Sehen Sie das nicht? Das geht Sie im Endeffekt nicht an. Welche Verwaltungsübertreter? Enthalten Sie sich dem Ganzen. Ich enthalte mich nicht, weil das Unrecht ist. Darüber gibt es. Es gibt immer einen höheren. Wissen Sie? Sie brauchen Sie nicht anzufassen. Eine Frau kann Sie anfassen. Lassen Sie sie los. Lassen Sie sie los. Geben Sie ihr Frau. Die Frau soll sie anfassen. Berscheiden Sie die Frau. Sie haben sie das. Sie haben sie sich.